Wie viele perfekte Quadratzahlen gibt es zwischen 1 und 200, die auch vielfacher von 3 sind? In dieser Tabelle stehen in der linken Spalte die natürlichen Zahlen von 1 bis 15 und in der rechten Spalte ihre Quadrate. Es ist evident, dass die Quadrate, die Vielfaches von 3 sind, die Quadrate sind, deren Basis Vielfaches von 3 ist. Die 15 ist aber zu groß, weil ihr Quadrat 225 streng größer als 200 ist und demzufolge gibt es diese 4 Quadratzahlen, die den Bedingungen entsprechen. Also lautet die Endantwort auf die gestellte Frage 4. 1 3 4 4 5 5